aufzeichnen ich schaue nur noch ob alle drin sind oder im warteraum noch jemand ist dann legen wir gleich los ok jetzt sehe ich alles gut alles eingestellt sehr schön gut ok dann bevor wir so richtig loslegen erstmal zwei organisatorische sachen und zwar habe ich euch alle mal stumm gestellt erst mal hat den ganz einfachen grund weil sonst kommt so zu interferenzen und keiner hört mehr irgendwen das heißt fragen machen wir einfach so wenn zwischendurch irgendwas gibt dann könnt ihr das ganz einfach in den chat schreiben und dann kann ich immer die fragen live beantworten praktisch dass ich auf den chat reagiere oder wir machen sowieso danach so dass ich danach praktisch sage hey könnt euch lautstellen und dann machen wir noch so eine kleine fragerunde also gerne auch fragen einfach für euch aufschreiben dass ihr dann danach stellen könnt genau das ist so der plan dann zeitlich habe ich ungefähr so gedacht dass ich wahrscheinlich eine dreiviertel stunde bis eine stunde brauche planen mit der dreiviertel stunde in der regel bin ich aber dann irgendwie so im flow dass es vielleicht auch 1-3 minuten länger wird genau auf jeden fall freue ich mich sehr mit euch das thema atmung so zu besprechen und zwar habe ich mir zwei aspekte rausgesucht was es für noch für aspekte gibt da werden wir noch einsteigen heute wird es vor allem um die biomechanischen aspekte gehen und die zentral nervösen aspekte heißt für uns ganz einfach biomechanik okay wie kann ich atmung nutzen um mobiler und stärker zu sein im training oder im alltag verletzungsfreier und zentral nervös wie kann ich mein nervensystem steuern also wie kann ich mich beruhigen oder aktivieren wenn ich das möchte diese zwei sachen diskutieren wir andere perspektiven wären so eine biochemische perspektive die auch sehr sehr spannend ist oder die biochemisch wir können das ganze genau aus der spirituellen ebene des spirituellen ebene da können wir das auch sehr weit ausführen weil in vielen lehren atmen wir der prana oder ki oder chi ein und aus der spirituellen ebene könnte man das auch betrachten aber wir machen uns gedanken jetzt erst mal um die kraft und um den stress weil das denke ich auch jetzt ein relativ relevantes thema ist einerseits haben wir jetzt vielleicht wenn der zeit wo wir nicht so ja viel raus kommen oder so die zeit uns mit der atmung zu beschäftigen dass wir unser training so verbessern können andererseits haben wir vielleicht auch notwendigkeit mit der atmen bewusst mal stress zu regulieren mal zu sagen hey ich kann vielleicht ein bisschen entspannter durch diese durch diese zeit gehen genau ich habe hier im hintergrund seht ihr dieses kleine bild das rechte das schema was ich aufgemalt habe und wenn ich noch eins weiter gehe das ist so ein bisschen bevor ich was über mich erzähle das wie ich eigentlich arbeite was ich vermittle und was ich erforschen letztendlich auch und letztendlich ist mein ziel irgendwie immer dass wir alle leistungsfähiger selbstbestimmter selbstbewusster erfüllter und gesund sind aber das nicht nur aus mittel zum zweck also klar das ist wunderbar aber die hoffnung ist natürlich dann immer dass wir alle unsere träume visionen ziele irgendwie erreichen können was auch immer das ist also für mich ist es völlig okay wenn jeder sein eigenes ding hat was er folgen möchte aber ich bin der meinung jeder sollte die kraft und die gesundheit haben und auch die mentale power um seinen zielen visionen zu folgen das heißt alles was ich mache ist nicht nur ein selbstzweck sondern eher diesen zielen das wünsche ich mir für uns alle genau und dafür die ebenen auf denen ich arbeite ist so die ebene der bewegung des trainings könnte mir damit reinführen dann die ebene der ernährung wo aber auch entgiftung sowas dazu zieht entgiftung verdauung aber natürlich auch trinken dann die ebene der regeneration wo wir auch atemtechniken eventuell mit einordnen könnten schlaf entspannungstechniken umfeld ist auch immer mit welchen menschen wir uns umgeben zum beispiel sagen heute jetzt sind wir in diesem webinar so ein bisschen zusammen und das macht schon mal ganz ganz viel aus wir haben klar wir sind leider nicht im gleichen raum aber irgendwie sind wir ja schon so wie kommunizieren zumindest zusammen und dadurch gestalten wir so umfeld schon mal so dass es einfacher macht auch in die anwendung zu kommen und dem ja nicht untergeordnet aber neben geordnet ist immer das bewusstsein das mindset weil wir das ganze irgendwie auch mental umsetzen wollen genau und heute sprechen wir vor allem über atmung und das kratzt natürlich an einem möglichen bereich also atmung ist einmal die grundlage für bewegung atmung hat aber irgendwie auch viel mit ernährung zu tun wie wir gleich sehen werden und natürlich mit regeneration irgendwie natürlich auch bewusstsein und mindset also atmung ist eigentlich ja überall mit drin genau dann noch vielleicht drei worte zu mir wer mich nicht kennt ich denke die meisten kennen mich aber ich bin tim tim böttner ich habe mir vor ein paar jahren mal das motto drink flow grow ausgedacht ist eigentlich so entstanden dass es auch mein motto war wie ich an sachen rangehe ich bin doch ein recht verstandsgeprägter mensch deshalb ist meine basis immer ja information wissen erst mal deshalb bringt diese kleine welle dann ist es für mich aber ganz wichtig das ganze zum fluss zu bringen also die erfahrung zu sammeln im flow praktisch zu sein und daraus entsteht letztendlich meiner meinung nach wachstum deshalb dass die idee hinter pink flow grow und im hintergrund sieht man so ein paar bilder was ich mache ich sage nicht so gerne wer ich jetzt bin weil ich möchte mich jetzt nicht identifizieren als den ja kostete gewichtheber eisbar oder so ich bin einfach tim aber ich mache zum beispiel ich hebe einfach gerne schwere gewichte das macht mir spaß das habe ich genau das habe ich schon immer gerne gemacht also nicht immer aber seit ungefähr zehn jahren mag ich einfach schweres eisen macht mir einfach spaß hier oben in der mitte bin ich in japan das zeigt dass ich sehr sehr gerne reise und da gerne rumturne gerne handstände mache vor irgendwelchen tempeln ja ich mache ich viel mobility training aber wie man hier zum beispiel sieht da mache ich mit anderen ein paar mobilitätsgrundlagen klar eisbaden mache ich gerne das steht exemplarisch aber auch dafür dass ich einfach alle möglichen sachen gerne ausprobiere wirken gerne in natur umgeben ich gerne mit menschen und ja und hier rechts noch ein bild zu sehen auf dem trainingscamp mit pioletics und das ist für mich sehr erfüllend wenn ich jetzt endlich meine erfahrung mein wissen da irgendwie weitertragen kann leute inspirieren kann dann bin ich auf jeden fall zufrieden genau gut dann lasst uns mal einsteigen mit einem kleinen schönen zitat was ich vor eine weile gelesen habe von jay shetty aus seinem buch think like a monk und der jay shetty war im kloster gewesen und der war da kam die frage auf was das erste war was die mönche im kloster gelernt haben und das erste in dem kloster war tatsächlich das atmen weil das erste und das letzte was wir im leben machen ist nun mal das atmen der ganzen zeit dazwischen atmen wir das schon mal ganz interessant dass ich offensichtlich in diesem kloster die mönche erstmal grundlegende gedanken um die atmung machen wir machen das aber nie also weder in der schule ja noch im erwachsenen alter vielleicht sollten wir davon mal ein bisschen was lernen weil letztendlich atmen wir etwa 20.000 mal am tag wie oft das ist ein bisschen individuell aber ungefähr 20.000 mal und wenn wir jetzt 20.000 mal wirklich schlecht dysfunktional atmen dann sollte eigentlich ziemlich klar sein dass die qualität unserer atmung auch die qualität unseres lebens beeinflusst deshalb lasst uns mal gedanken über die atmung machen und jetzt habe ich schon mal gesagt wir arbeiten 20.000 mal am tag ungefähr vielleicht hat der ein oder andere von euch einen tracker ich persönlich habe ja so einen schlaftracker diesen aura ring hier manche anderen vielleicht irgendwelche uhren oder ihr könnt auch jetzt parallel mal eine minute stellen minute nebenbei während ich rede einfach mal euren puls fühlen stellt den wecker auf eine minute und nicht den puls und die atemfrequenz und erzählt mal wie oft ihr atmet also zählt einfach mal nebenbei irgendwann jetzt und letztendlich ist es okay oder wäre es ganz gut wenn ihr irgendwie bei 15 rauskommt irgendwas zwischen 13 und 15 wenn ihr sehr sportlich seid wollen wir eher 8 bis 12 anstreben und normal ist leider wesentlich mehr das wäre das optimale 8 bis 12 sportler super 15 auch noch gut wenn ihr jetzt bei 20 rauskommt oder mehr als 20 dann solltet ihr euch umso mehr gedanken ja um die atmung machen weil sonst hat sich vielleicht irgendwann mal ja ausgeatmet gut ganz ganz grundlegend bevor wir jetzt in die mechanik reingehen warum atmen wir eigentlich da können wir das mal biomechanisch begründen aber bevor wir das machen erstmal noch so nur als gedanken anstoß ohne nahrung ohne nahrung können wir ich habe mal irgendwo jetzt gelesen 60 tage überleben es gibt auch leute die können von lichtnahrung überleben die können ewig ohne nahrung leben oder da gibt es ganz verschiedene quellen manche andere quengeln schon nach fünf tagen rum schaffen es nicht mehr ohne schlaf gibt es leute die elf tage nicht geschlafen haben ohne wasser machen schaffen manche drei vier tage aber klar sollte sein ohne sauerstoff schaffen wir es nur wenige minuten warum damit wir da alle auf einem level sind warum sauerstoff so wichtig ist ganz einfach biomechanisch wir verbrennen glukose oder fett mit sauerstoff den wir einatmen zu atp also adenosine triphosphat und atmen kohlenstoffdioxid ab und das ist einfach ein grundlegender stoffwechsel vorgang jede nahrung oder so die wir aufnehmen braucht sauerstoff damit wir daraus energie gewinnen deshalb hat natürlich auch was mit sauerstoff zu tun auch mit abnehmen zu tun sollte klar sein wenn wir sagen wir ein fett reduzieren unseren körper dann heißt es primär auch erst mal wir brauchen sauerstoff um fett zu oxidieren und kohlenstoffdioxid abzuatmen klar mit der einatmung nehmen wir als sauerstoff aus mit auf mit der ausatmung geben wir kohlenstoffdioxid ab und ja in anderen lehren kurz schon angesprochen in indien oder china da reden wir dann ganz viel von lebensenergie was man dann chi ki oder prana nennt oder ganz verschiedene namen für hat was wir uns nicht da vorstellen was wir einen ausmaten ist gar nicht so wichtig weil fakt ist wir atmen irgendwas ein und aus und ja wir haben diese vier perspektiven gerade wenn ich gesagt habe dass wir sauerstoff aufnehmen kohlenstoffdioxid abatmen sind wir auf der biochemischen ebene da redet man an viele besaust sättigung und wenn ihr so sachen wie beim hoff atmung kennt oder was patrick mckee erzählt mit kohlenstoffdioxid level steigern dann ist das immer eine biochemische begründung für die atmen wollen wir heute nicht besprechen genauso wenig wie die spirituelle ebene wir machen uns gleich um die bewegung gedanken von muskeln und organen und dann um sympathikus parasympathikus also ruhe und aktivität das sind unsere brillen die wir uns jetzt nacheinander aufsetzen in diesem sinne setzen wir uns mal die erste brille auf die des mechanikers habe ich gar nicht gesagt ich bin übrigens im ersten bildungsweg diplomierter maschinenbau ingenieur deshalb habe ich wie gesagt sechs jahre technische mechanik studiert diese brille ist mir also sehr vertraut auch als sportwissenschaft natürlich und da schauen wir da mal rein zuerst wollen wir uns mal fragen durch was wir atmen sollen also klar wenn wir atmen atmen wir irgendwo ein und das ist in der regel die nase oder der mund und die frage was da richtig ist das können wir ganz schnell beantworten weil wir können es ganz einfach merken der mund ist zum essen da die nase ist zum atmen wenn ihr irgendwas heute mit nehmt dann ist es da ihr atmet durch die nase es durch den mund warum nasen atmen warum ist das so wichtig zum einen haben wir durch die nase 20 prozent mehr sauerstoffaufnahme weil die nase ist zum biologisch auch zum atmen gemacht deshalb ist die so konstruiert dass wir mehr sauerstoffaufnahme haben 10 bis 20 prozent mehr ist natürlich auch in einem sport setting sehr sehr wichtig zu verstehen also wenn wir ausdauersport machen wir atmen nicht durch die nase dann haben wir weniger sauerstoffaufnahme also wenig weniger fett und glukoseoxidation muskeln und umständen außerdem jetzt ist winter jetzt ist kalt die nase erwärmt die luft wir haben einen längeren weg das nasen härtchen drin nasenschleim und diese größere oberfläche erwärmt die luft die nasenhaare der nasenschleim befeuchtet die luft und ganz ganz wichtig gerade jetzt wenn wir ja diesen corona zeiten müssen sprechen die nase rein liegt die luft von keimen bakterien das heißt das infektionsrisiko sinkt wenn wir durch die nase atmen weniger keime rein kriegen in die lunge außerdem ganz interessant jetzt noch für die sportler oder eigentlich für alle die nase reichert die luft stickstoffmonooxid an und stickstoffmonooxid ist ein ganz ganz mächtiger stoff wir letztendlich auch den blutdruck sehr wichtig ist und die arterien letztendlich weit macht für die pumpe heißt es ganz einfach stickstoffmonooxid macht besseren pump beim training deshalb weitere indikationen für die nasenatmung außerdem wie wir nachher noch sehen werden aktiviert die nasenatmung eher das parasympathische nervensystem nase ist also korreliert mit dem ruhe zustand nase ist mund ist korreliert mit dem stress zustand für den rest des vortrags könnt ihr auf jeden fall mal den mund geschlossen halten und ja durch die nase atmen vielleicht merkt ihr auch instant wie das für euch ein bisschen ja beruhigender ist gut also erster erster punkt nasenatmung so möglichst immer okay und jetzt wird es sehr interessant was stabilität mobilität angeht wir wollen uns nämlich mal muskeln anschauen die haupt und die hilfsatem muskeln und wir haben hier in diesen bildern mal die hauptatem muskeln eingezeichnet die habe ich übrigens von einem großartigen buch von melissa rennisch gemobst die bilder sehr empfehlenswertes buch und die dunkel schraffierten muskeln sind die hauptatem muskeln und das vollzieht ihr erstmal nach indem ihr wenn ihr jetzt steht oder sitzt völlig egal weil die hände in die flanken tut und dann mal nachvollzieht was passiert also oben ist die einatmung und mit dem einatmen ist hier wenn wir rechts angucken brauchen wir das zwerchfell mit dem einatmen senkt sich das zwerchfell mit dem ausatmen kontrahiert dieses ganze muskelkorsett also die frontalen bauchmuskeln die auch die tiefer liegende bauchmuskeln also transversus abdominis und so die seitlichen bauchmuskeln aber auch die rückenmuskulatur kontrahiert dann okay und jetzt schaut ihr euch mal an das und erkennt diesen zylinder ihr seht gerade hier wo meine maus gerade ist ich hoffe ihr könnt die sehen seht ihr den sekunde ist kurz genau ja diesen zylinder und dieser zylinder der da seht ihr dass dieser zylinder sich um die wirbelsäule schwingt klar und damit das nennen wir diesen thorakolumbalen zylinder warum thorax und lumbar heißt einfach der brustkorb und der lumbarbereich und rückenbereich und dieser zylinder wird aktiviert mit dieser atmung wenn ihr also in dem bauch in die flanken atmet habt ihr dieses muskelkorsett die ganze zeit genutzt habt somit eine stabilisierte wirbelsäule und habt ihr damit mehr kraft und ja ich erste punkt mehr mittelkörper stabilität ist klar mobilität folgt auch daraus warum da kommen wir gleich noch mal zurück ich gehe erst mal ein bild weiter wenn wir dir zu den atem hilfsmuskeln und das habe ich einfach mal ganz plakativ ich mache hier viel plakativ jetzt damit es einfacher zu merken ist schlechte atmung genannt mit den atem hilfsmuskeln und vollzieht immer nach spürt man diese muskeln rein das ist so euer trapez mittlerer unterer und oberer trapez und nacken muskeln aber auch vorne hier die vordere brustmuskulatur pectoralis minor zum beispiel das sind die atem hilfsmuskeln und diese natürlich wenn ihr die funktion das nachvollzieht heben die auch den brustkorb und die rippen und senken ihn letztendlich wieder schieben auch die schultern nach vorne wenn ich jetzt vorstelle dass eure 20.000 atemzüge am tag mit diesen atem hilfsmuskeln macht und die arbeiten den ganzen tag dann ist ziemlich klar was folgt halt verspannter nacken verspannte schultern verspannte brustmuskulatur und damit enge gefühl in der brust und rückenschmerzen und so weiter und so fort und letztendlich ganz 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 viele nackenschmerzen die irgendwie so entstehen haben ihre ursache in einem falschen atemmuster wenn wir die atem hilfsmuskeln verwenden okay jetzt denken wir bitte noch mal mit und schauen uns in diesem bild mal die arme an stellen wir und gehen jetzt zur mobilität stellen uns vor dass wir die arme bewegen wenn der mensch jetzt seine arme nach vorne heben möchte oder ein gewicht über kopf drücken möchte und dann wird sich feststellt wow krass ich bin ganz unbeweglich kriege meine arme nicht über kopf dann sehen wir okay ja eigentlich klar wenn der hier die ganze zeit seine nackenmuskulatur zum atmen benutzt und seine vordere brust und will dann die arme über kopf bringen ja dann kann der gar nicht mehr atmen das heißt seine immobilität also seine unbeweglichkeit zum beispiel zum beispiel über kopf kann seine ursache auch in der überfunktion der alten hilfsmuskeln haben wenn ich jetzt noch mal zurückgehe zurückgehe zu den atem hauptmuskeln und sehen wir hier das bild noch mal an sagen wir unten und der mensch bewuszt nur sein fundament sein mittelkörper zum atmen dann hat er hier oben gar keine spannung da hatten entspannt nacken schultern hängen locker runter und er kann sich ganz frei um den schultergottel bewegen ich denke deshalb sollte sollte klar sein wie auch das falsche atemmuster ganz viel beweglichkeit einschränkt gut das heißt wir sind stabiler und mobiler wenn wir die atemhilfs erbten hauptmuskeln nutzen gut gehen wir einen schritt weiter und schauen uns mal das zwerchfell genauer an das haben wir gerade schon so angedeutet gesehen hier sehen wir es noch mal genauer hier sehen wir diesen fallschirm das hier unten das ist nicht mehr das zwerchfell das zwerchfell ist nur dieser fallschirm ihr könnt gerne mal eure hände jetzt so an euren ja an euren rippenbogen legen und dann diesen zwerchfell mal spüren diesen fallschirm spüren und stellt euch vor mit dem einatmen spannt sich das zwerchfell der brust dass die lunge zieht sich auf dem ausatmen entspannt sich das zwerchfell lungenvolumen wird kleiner und jetzt seht ihr aber auch dass dieses zwerchfell hat direkt ansätze eine lendenwirbelsäule und dann sogar noch eine verbindung mit dem psoas major und der hat wiederum eine verbindung bis zur hüfte also eigentlich bis zu den oberschenkelknochen und dann könnt ihr ganz einfach sehen wenn das zwerchfell ständig verspannt ist und wenn das beim atmen also ja auch nicht benutzt wird nicht mobil und flexibel ist dann können direkt ja schmerzen probleme verspannungen lendenwirbelsäule auftreten aber auch indirekt über die hüfte an den oh gott was war jetzt los an den ja bis zum oberschenkelknochen also hüfteinschränkungen hüftschmerzen unter schenken unter rückenschmerzen können theoretisch auch durch falsches atemmuster kommen hier seht ihr noch mal ein paar andere bilder zum zwerchfell schöne zeichnungen die eigentlich wieder dasselbe sagen heißt für uns wir sollen das zwerchfell zum atmen benutzen weil dafür ist es da und zwei weitere gründe zeige ich mal noch hier einmal verbindung zwischen beckenboden und zwerchfell ihr seht oben zwerchfell und dem beckenboden und wenn das zwerchfell kontrahiert dann dadurch dass das mit einem zylinder verbunden ist kommt es zu einer wechselwirkung im beckenboden mit dem mit der kontraktion des zwerchfell entspannt sich der beckenboden mit der entspannung des zwerchfells kontrahiert der beckenboden das heißt unser zwerchfell aktiviert auch den beckenboden und das ist ein weiterer grund warum ja die atmung auch für den beckenboden also für die stabilität des beckenbodens so wichtig ist und das ist klar einmal auch interessant für sachen wie wasser halten aber natürlich auch wenn wir ja kraft dreikampf machen crossfit oder was auch immer dann ist natürlich unser fundament unsere hüftkraft essentiell wichtig okay das heißt zwerchfell beckenboden direkte korrelation und dann kommen wir jetzt auf die organebene das ist auch sehr interessant auch wieder zwei bilder schaut mal genau an was der unterschied zwischen links und rechts ist und zwar haben wir links das kontrahierte zwerchfell und ihr seht das quetscht die organe wir haben hier die leber dünndarm dickdarm und alles was darunter liegt und wenn das zwerchfell entspannt wird praktisch werden die organe wieder lang gezogen das heißt ja wieder wird dünndarm dickdarm in die andere richtung gezogen und damit wird auf jeden fall unsere leber angeregt aber natürlich unseren dickdarm dünndarm unsere ganze verdauung das heißt das zwerchfell massiert die organe und macht unsere verdauung besser was wiederum für uns heißt viele probleme der verdauung allgemein organschwierigkeiten können durch ein gut funktion des zwerchfell und durch eine gute dreidimensionalen atmung unterstützt werden deshalb ist das so diese basis über die ich heute spreche gut so was haben wir bis jetzt gelernt kurz zusammenfassung wollen wir uns ja zum nächsten punkt kommen die gute atmung stabilisiert den thorakolumbalen zylinder macht dich also stark mobil und stabil außerdem massiert sie die organe so dass die daumen verbessert wird und viele andere organfunktionen und das hatten wir am anfang take away 3 nasenatmung führt zu mehr sauerstoffaufnahme und stickstoffmonoxid und somit zu mehr leistung und kann vor infektionen schützen ach so natürlich jetzt selbstverständlich muss man so ein disclaimer bringen es hat natürlich nichts damit zu tun dass ich in irgendeiner hinsicht sagen würde ihr werdet nicht krank wenn durch die nase atmet das ist natürlich jetzt quatsch aber ich denke ihr versteht den punkt gut dann haben wir jetzt das theoretisch verstanden aber was sagt uns das jetzt was ist nun gute atmung ich denke uns ist klar das bild im hintergrund der mensch da das ist keine gute atmung und wir können mal schauen ich stelle euch einen kleinen test vor den wir nutzen können um unsere eigene atmung zu überprüfen unseren atemstil also unsere atemmechanik ich stelle euch jetzt kurz vor weil ihr die nicht so direkt jetzt nachmachen könnt wenn ihr jetzt nicht super schnell seid aber ich denke das prinzip ist sehr sehr wichtig wir haben also für die atemmechanik einmal den bewegungsumfang also den range of motion dafür könnt ihr euch ein maßband nehmen oder einfach mal gefühl dafür kriegen wenn ihr die finger an die hüften oder an den an den bauchnabel bringt und ihr messt praktisch den umfang bei vollständiger ausatmung über den bauchnabel und den umfang bei vollständiger einatmung über den bauchnabel wenn ihr jetzt zum beispiel gar nicht in den bauch atmet dann ist der natürlich das inhalen und exhale ist ziemlich gleich wenn ihr ganz viel in den bauch abend habt ihr eine große differenz das ist unserer wert eins und mit denen haben wir so eine kleine rechentabelle die gehen wir jetzt nicht im detail durch könnt euch aber einfach so vorstellen wir nehmen davon ein quotienten und aus den quotienten ermitteln wir ein range of motion in diesem kleinen rechenbeispiel was ich immer gemacht habe haben wir also 108 prozent das heißt mit der einen ausatmung haben wir einen unterschied von acht prozent was uns das ganze bringt kommen wir gleich hin aber wir fügen noch ein zweites hinzu nämlich das location of movement also die bewegungsrichtung und da könnt ihr mal im spiegel schauen oder partner fragen ob ihr beim atmen größer werden oder nicht in den schultern also ob eure schultern und euer brustbein auf einer gleichen höhe bleiben oder ob sie sich heben wenn beide schultern und das brustbein sich heben aber der bauch sich kaum ausbreitet dann seid ihr praktisch ein vertikaler atmer klar wenn die schultern sich heben das brustbein aber auch der bauch sich ausbreitet dann seid ihr so ein hybrider atmer macht also beides und jetzt folgt natürlich wenn ihr wenn die schultern sich nicht heben sondern sich nur der bauch ausbreitet seid ihr ein horizontaler atmer und diese beiden werte können wir da mal so eintragen ein kleines schema und dann viel von ablesen können also sagen wir hatten hier das ist schon mal sehr sehr gut irgendwas zwischen 100 und 120 prozent range of motion und beispielsweise waren wir ein horizontaler atmer ist ziemlich gut dass diese linke dieses location of movement sagt uns praktisch dass je vertikaler wir atmen desto mehr schaut ihr links benutzen unsere atem hilfsmuskeln je mehr wir horizontal atmen desto mehr will atmen wir über unser zwerchfälle möglichst wollen wir natürlich irgendwo im bereich a ankommen ich kann euch dieses rechenschema gerne mal in der e mail danach verlinken da könnt ihr mal schauen okay wo habt ihr potenzial braucht ihr praktisch auch mehr brustkorb flexibilität oder was ist so euer euer fokus diesen test zum beispiel mache ich mit ja fast jeden kunden und gibt uns ein bisschen aufschluss okay lohnt sich jetzt eine art in mechanik zu atmen oder ist das schon ziemlich gut aber die regel ist dass es sich auf jeden fall lohnt weil sich ganz viele eher im bereich hier d oder f bewegen gut das ist natürlich immer noch nicht wie gute atmung geht deshalb kommen wir jetzt mal zu dem thema gut gute atmung passiert etwas zwerchfällen und was wir zuerst machen können ist das zwerchfälle mal zu spüren wie dieses kleine bildchen hin gepackt und das könnt ihr jetzt direkt mal machen sieht ja hoffentlich jetzt keiner stellt euch also einfach hin am besten stehen geht aber auch im sitzen und ihr packt mal unter eure rippen drunter unter den rippenbogen und schaut mal wie viel da geht bei mir oder auch auf dem bild geht so bestimmt drei vier fünf sechs zentimeter natürlich nicht wenn ich rede und wenn ihr einde ausatmen spürt ihr dann vielleicht wie eure hände rausgedrückt werden und wieder reingezogen werden und wenn ihr das spürt dann wisst ihr okay euer zwerchfälle ist da und der zwerchfälle macht schon was das ist so der erste ja wie ihr mal bewusstsein für eure atmung entwickeln können für ihr zwerchfälle im nächsten schritt kommen wir dann zur 3d atmung auch das video verlinke ich euch noch mal und die 3d atmung ist unsere dreidimensionale atmung dreidimensionale heißt hier wir atmen in alle richtungen vor allem nach vorne und zur seite und dafür starten wir ihr könnt auf dem rücken liegen wie ich hier in dem bild oder auf dem stuhl sitzen dass die hände mal in die flanken und auf dem bauchnabel legt und erst mal für ja drei fünf atemzüge spürt wie der bauchnabel sich ausbreitet und danach seht ihr wie meine flanken sich ausbreiten und der erste schritt um diese dreidimensionale atmung zu lernen ist immer so wenig komplexität wie möglich und die erreichen wir indem wir ganz einfach auf dem rücken liegen und ihr seht hier ich habe auch noch mal in die hände rein und hier kontrolliere ich dann noch mal okay atme ich in den brustkorb oder nur in den bauch ich denke hier sieht man ganz gut mein bauch bewegt sich brustkorb bleibt still wer dafür mehr feedback braucht der darf sich was auf den bauch legen ich will hier zum beispiel eine kettlebell keine sorge die ist nicht sehr schwer dass nur 12 kilo könnt aber genauso gut auch ein buch nehmen auch ein buch könnt ihr auf den bauch legen damit ihr ein feedback habt und dieses feedback dieses gewicht macht euch teilweise sogar ein bisschen einfacher die tiefe bauchatmung zu spüren hier erschließen uns also vor allem den vorderen atemraum haben natürlich mehr atemräume und dafür können wir in verschiedene positionen gehen wenn ihr jetzt besitzt oder steht könnt ihr euch einfach zur seite lehnen und diese seitneigung im stehen machen oder gegen diese faultier position wo ihr vor allem wie ich jetzt in diese rechte flanke atme so hier mache ich dass selbe noch mal in der sitzenden position ich denke das prinzip ist klar wir erschließen uns den seitlichen atemraum und ihr macht das ganze so lange hier wieder die seite bis ihr spürt okay da passiert was ich kann wirklich in meine flanken atmen genauso gut sind wir in der position der stellung des kindes in unserem rücken hier atmen wir in den mittleren rücken und unteren rücken und erschließen uns den atemraum und folgerichtig atmen wir dann noch in die in die front dass ich hier in dieser press-up position bin und hier meinen bauch gestretched habe und in diesen stretch reinatmen und diese folge ist ganz interessant weil das ist so ein bisschen meine folge hier hat mich sondern die rotation wenn wir aber zum beispiel eine yoga routine wie den sonnengruß durchgehen werden wir feststellen dass auch im yoga der sonnengruß zum beispiel auch alle atemräume erschließt okay das heißt das habe ich mir ausgedacht sondern auch die yogis mit yoga haben das schon schon gemacht also könnt auch einfach den sonnengruß machen oder hier meine routine wählen okay ich habe gesagt wir wollen das ganze zuerst so einfach wie möglich machen im nächsten schritt können wir komplexität hinzufügen indem wir zum beispiel das ganze mit gewicht machen können uns hier ein ja gewicht schnappen ich nehme hier eine kettlebell die ich vor der brust halte und mit diesem gewicht marschieren ich probiere hier weiterhin dreidimensional zu atmen natürlich ist klar das ganze ist schwieriger weil wir eine externe last haben hier bewege ich sogar die beine nach oben dass ich noch marschiere und der nächste schritt wenn wir merken okay das geht ich kann dreidimensional atmen ich pack das mit meiner zwerchveratmung zurück dann kann gewicht hinzufügen dann kann ich das gewicht bewegen das heißt dann können wir zu unseren übungen gehen sagen wir machen mit der kettlebell überkopf drücken türkisch get ups rose oder was auch immer dann dürfen wir kraftübungen machen wenn wir bei den kraftübungen aber merken aber ich kann nicht mehr meine dreidimensionaler atmung beibehalten gehen wir wieder einen schritt zurück ich hoffe diese übungs progression macht ein bisschen sinn genau dann gehen wir einen schritt weiter okay ich fasse mal ganz kurz zusammen aber denke ich habe hier schon ein paar mal gemacht dreidimensionaler atmung sollte jeder üben als grundlage um alle atemräume sich zu erschließen und darauf auf diese treidimensionaler atmung können wir jetzt das packen über was wir als nächstes reden weil in der zentralen der wahlenperspektive reden wir über atemtechniken die sich nicht um die mechanik kümmern sondern vielmehr um die atemlängen kümmern also wie lange wir einatmen lange ausatmen und luft anhalten und dabei können wir diese treidimensionaler atmung beibehalten das heißt wenn ihr so eine atem mit atmung anfangen wollt beginnt ihr mal mit dreidimensionaler atmung zu üben und danach eine der folgenden atemtechniken in diese biomechanische atmung zu integrieren okay ein schub trinken dann geht's los ich lasse schon mal auf das bild schauen genau und zwar wollen wir ganz kurz über das nervensystem reden bevor wir schauen was die atmung da zu suchen hatten wie wir unser nervensystem ja steuern können mit der atmung erst noch mal das bild dieses schema habe ich mir voll paul check geklaut ich habe bei paul check meine holistic lifestyle coach ausbildung gemacht und aus den materialien habe ich das geklaut weil er das alles so wunderbar einfach macht mit wissenschaftlicher grundlage aber halt super einfach logisch als cartoon irgendwie vermittelt und schwieriger muss es auch nicht sein also ich habe links den ruhr teil den parasympathikus eingemalt in grün das ist unser großhirn und auch im bild hier ist unser großhirn außenrum das großhirn ist abwägend bewertend er langsam und eigentlich für unser höheres denken zuständig nicht umsonst das außen weil innen ja unser älteres gehirn ist das war zuerst da und im laufe evolution hat sich dann das großhirn darum entwickelt wie gesagt das abwägend bewertend langsam also supergut wenn wir analytische aufgaben machen wollen und das ist unser ruhr nervensystem das heißt da sind wir drin wenn wir ruhig sind im gegenzug dazu haben wir unser stammhörn stammhörn heißt stammhörn weiß wie der stamm dieses baumes ist man sieht sogar eigentlich aus wie so ein baum und das ist unser reptilien gehirn und unser reptilien gehirn das ist erst mal prinzipiell nichts schlechtes entscheidet aber schematisch trieb gesteuert und super schnell warum einfach kampf oder flucht wenn uns jemand angreift sollen wir einfach nur schematisch sagen scheiße weg okay mehr gibt es da nicht abzuwägen und das ist unser stress nervensystem ein problem haben wir natürlich jetzt wenn wir im stress zustand sind und dann sagen wir wollen hochwertige arbeit verrichten gute entscheidungen treffen also eigentlich im großhirn sein wollen aber alles in unserem nervensystem sagt nee verdammt ich kann nur schematisch trieb gesteuert schnell entscheiden und was dabei passiert das erfahren wir denke ich alle wir machen irgendwie schlechte entscheidungen handeln impulsiv streiten uns obwohl wir das eigentlich nicht wollen treffen schlechte ernährungs entscheidungen also essen zu viel süßes zu viel schokolade einfach weil wir denken hey zucker und fett ist geil und wir denken nicht mehr an langfristige konsequenzen genau schauen wir uns da mal an was bei einer stressreaktion noch passiert um das zu verstehen also fühlt man wirklich mit rein wenn ihr jetzt stress habt ich merke so ein kleines bisschen ich bin das schon ein bisschen excited so ich freue mich habe lust bin im flow irgendwie natürlich bin ich auch so ganz leicht gestresst das ist okay das heißt meine pupillen sind ein bisschen größer meine atmung ist beschleunigt deshalb rede ich auch gleich ein bisschen schnell ich weiß ich sollte ein bisschen langsamer reden aber meine herz sequenz sicherlich auch ein stück angestiegen mein blutdruck auch eine muskelspannung ist leicht erhöht und interessant ist noch stress ist ja auch im training sind wir auch im stress weil gut so weil dann glukose aus der leber in die muskelzellen abgegeben wird dass wir mehr energie gewinnen können und auch vor gefettoxidation wird gesteigert okay das ist natürlich super gut für training negativ ist dann eher das verdauung hinten angestellt wird verdauen müssen wir nicht wenn wir im stress sind wir haben keine lust auf fortpflanzen sexualtrieb sinkt also unser immunsystem ist gehemmt okay nicht gut wir sind weniger schmerz empfindlich und wir schwitzen wahrscheinlich mehr das ergibt alles total viel sinn wenn wir in kampf oder flucht sind müssen wir uns auch nicht fortpflanzen müssen nichts verdauen weil wir gerade jetzt auf der jagd sind gerade erst essen finden problem entsteht nur wenn wir in diesem zustand sind aber eigentlich gerade essen wollen oder ja wertvolle aufgaben in sinne von analytischen aufgaben ja erfüllen wollen okay das ist dann letztendlich das problem also sollten wir natürlich sagen oder merken okay wenn ich im stress bin möchte im ruhe sein beispielsweise ich möchte jetzt gleich essen wie mache ich das dass ich gleich essen kann mich als beruhiger und dann haben wir hier diese wechselwirkung die ich mal aufgemalt habe einmal schwarz weiß haben wir im zns zentralen nervensystem modus entweder ruhe oder stress ich habe es gesagt schwarz weiß weil das stimmt so natürlich nicht wir sind nicht immer vollkommen ruhig oder vollkommen gestresst wir sind immer irgendwo ein bisschen dazwischen aber vereinfacht gesagt entweder sind wir im ruhe oder stress und wir haben da den einfluss auf die atmung das heißt in ruhe verändert sich unser atemmuster und in stress verändert sich unser atemmuster aber jetzt kommt der entscheidende punkt wir können willentlich die atmung steuern um hier den modus zu wechseln okay das heißt wir sind nämlich ausgeliefert wenn wir erkennen unser zns modus ist nicht da wo wir hinwollen dann können wir eine atemtechnik wählen um daraufhin unseren zentralen nervensystem modus zu wählen und das ist der punkt wo die letzten fünf minuten eigentlich drauf hinaus wollte wie wir das machen weil jetzt wird es gleich praktisch und als eingang kann man sich mal merken unsere stress atmung ist immer durch den mund okay ich denke das haben wir verstanden in die brust flach und schnell und die ruhe atmung dagegen ist durch die nase in den bauch tief und langsam gut das sind unsere mächtigen programme und die packen wir jetzt mal so ein werkzeug koffer deshalb auch dieses hintergrund bild das ist ein werkzeug koffer weil ich denke wir sollten diese werkzeuge in unserem werkzeug koffer haben also in diesem werkzeug koffer packen wir zuerst mal ein unsere parasympathischen atemtechniken und die charakterisieren sich alle durch eine verringerte atemfrequenz das heißt wir gehen weniger als das normal ist also wenn wir normalerweise 15 mal atmen pro minute gehen wir auf drei vier fünf sechs mal runter eine verlängerte ausatmung nasenatmung tiefe bauch atmen okay warum verlängerte ausatmung wir können das merken messen mit der einatmung mit jeder einatmung geht unsere pulsfrequenz nach oben mit jeder ausatmung geht sie nach unten wenn wir also das ganze integrieren würden dann würden wir im mittel eine verringerte atemfrequenz feststellen natürlich eine verringerte atemfrequenz feststellen wenn wir die ausatmung verlängern das heißt verlängerte ausatmung nasenatmung bauchatmung und was wir jetzt durchgehen wollen sind diese vier atemtechniken und damit legen wir jetzt direkt mal los also wir haben zuerst die fokussierte verlängerte ausatmung das ist das offensichtlichste und einfachste das heißt wir atmen einfach länger aus als ein und ich lade euch jetzt in diesem moment dazu ein das mal live mitzuprobieren check kurz wie fühlt ihr euch seid ihr gerade ein bisschen gestresst erregt pupillen weit pupillen eng was auch immer und jetzt geht ihr mal zusammen mit mir in diese fokussierte verlängerte ausatmung das heißt für uns wir gehen eine zählzeit ein und zwei zählzeiten aus kann also sein drei sekunden ein sechs sekunden aus wenn das für euch super möglich ist dann könnt ihr auch vier sekunden ein acht sekunden aus wenn ihr schon so eine atemnot dabei kriegt dann reduziert das auf zwei sekunden ein vier sekunden aus okay damit fokussieren wir die ausatmung wir atmen selbstverständlich durch die nase und haben schon das einfachste mittel uns ein bisschen zu beruhigen fokussierte ausatmung heißt dazu noch dass wir so einen gleichen kleinen atemwiderstand machen wir können also mal probieren dass sie so einen kehlkopf verschluss macht und so so einen kleinen atemwiderstand beim ausatmen hinzufügt durch diesen atemwiderstand verlängert die ausatmung noch ein bisschen mehr und baut so einen ganz angenehmen druck auf also doppelt lange ausatmung einfachstes werkzeug kommen wir aber nun zu ein paar ja noch schöneren werkzeug und zwar erst mal zu meinem lieblings werkzeug das ist mein lieblings beruhigende atmung aber ich weiß von ganz vielen anderen sie finden die nicht so angenehm probiert also einfach aus die sogenannte 478 atmen nach dr andrew weil ja dr andrew weil den seht ihr im hintergrund mit dem weißen rauschebart ist ein ja heilpraktiker und in dieser atemtechnik atmen wir vier sekunden ein halten die atemfülle für sieben sekunden und atmen für acht sekunden aus am besten mit so leichten widerstand es kann jetzt sein dass diese sieben sekunden luftanhalten schon ganz schön hart sind und ihr dadurch stress verspürt dann könnt ihr auch eine aus der 478 atmung achtung weiß nicht dr weil sagen eine 356 atmung machen auch das könnt ihr machen und dann nach drei vier atemzyklen auf 478 hochgehen das ist sowieso ein tipp wenn ihr merkt okay ihr braucht es mal eine minute um runter zu kommen startet ihr mit 356 und geht dann nach einzelnen minuten erst auf 478 und durch diese atemfülle baut sich so ein angenehmer druck so eine schöne leere im kopf auf die dann wie sich so ein ventil entlässt und damit doppelt entspannt wirkt für mich eine der besten atemtechniken um vor dem schlafen um runter zu kommen im idealfall auf der akupressur matte liegen schön dabei runter kommen oder auch kurz im tagesverlauf sich hinsetzen und ja neu auftanken oder hinlegen am besten gut 478 atmung dann die atempflichtigen art liebste atmung von ganz ganz vielen ist das sogenannte box breathing box breathing wird zum beispiel so den navy seals unterrichtet damit sie in extrem situationen konzentriert und fokussiert bleiben können und das heißt box breathing weil alle seiten dieser box gleich lang sind das heißt wir atmen gleich lang ein halten die atem fülle gleich lang atem aus gleich und atem leere gleich heißt zum beispiel drei ein drei anhalten drei aus drei anhalten oder auch 4 4 4 4 5 5 5 5 oder 6 6 6 6 klar wenn wir 4 4 4 4 atmen haben wir zum beispiel nicht mal vier atemzüge pro minute damit ist klar wie schnell wir uns damit beruhigen können und für die box breathing gibt es auch ganz ganz viele apps wer sowas möchte das nicht selber mit sehen will der kann sich eine app runterladen ich habe zum beispiel auch eine app die wo ich die atemzeiten selber eingeben kann wo ich also meine eigenen atemtechniken programmieren kann und das zum beispiel da muss man sich gar nicht mit hinlegen und ein paar mal geübt hat ihr könnt auch einfach sagen okay ich habe die erste aufgabe beendet bin gerade auf dem gehen ich laufe noch fünf minuten und nutze diese fünf minuten um dieses box breathing zu machen und ihr werdet merken wie ihr sofort in einem anderen zustand zwitscht und für die neue aufgabe viel fokussierter seid mein tipp ist auch immer wenn ihr jetzt neue menschen trefft nicht mit neue aber andere menschen die heute noch nicht getroffen habt beispielsweise ihr kommt eurer partnerin nach hause wartet kurz vor der tür nehmt für eine minute oder einfach drei atemzyklen und ihr werdet merken wie ganz viel abfällt und wir dann besser handeln können gut das war das box breathing wir kommen nun als letzte atemtechnik hier zu den parasympathischen mal zur wechselatmung die ist eine sehr ausgleichende atmung und die kommt aus dem das hier ja genau die kommt aus dem pranayama aus dem yoga und hier ab mit durch ein nasenloch ein halt die luft an durch das andere aus und atme dann wieder durch das ein und aus warum ich die hier eingeführt habe mal die atemtechnik angeführt habe ist weil wir links und rechtes nasenloch wechseln und dadurch haben wir unterschiedliche aktivierung der gehirnhälfte wenn wir durch das rechte nasenloch einatmen haben wir eine verwirbelung hier oben und wir aktivieren die linke gehirnhälfte wenn ich das linke nasenloch einatmen haben wir verwirbelungen und aktivieren das rechte gehirnhälfte und unsere gehirnhälften haben ja wieder plakativ gesagt auch unterschiedliche aufgaben man könnte jetzt leicht virtuell sagen wir vereinen so gefühl und verspannen verstand aber da ist tatsächlich was dran weil wir damit wirklich die linke und rechte gehirnhälfte ja beide aktivieren und damit hat diese atmung eine sehr sehr ausgleichende wirkung kann also auch sehr sehr beruhigend wirken okay also mein tipp da wollte ich noch nicht hinkommen genau sucht euch jetzt mal eine atemtechnik aus eine beruhigende atemtechnik und übt die jeden tag oder fünf mal in der woche vielleicht bis weihnachten jeden tag fünf minuten und guckt was passiert mein special tipp zum cool down zur regeneration nach dem training ist tatsächlich nach dem training sich drei bis fünf minuten zeit zu nehmen direkt nach dem training und von dem aktivitäts stress zustand in den ruhe zustand zu wechseln weil training mal richtig harter stress ist training ist der herrste stress die wir uns vorstellen können eigentlich mit für den ganzen körper wenn wir danach essen wollen zum post workout shake verdauen wollen müssen wir aber ruhig sein ihr könnt eure ermüdung des zentralen nervensystem die regeneration enorm steigern verbessern wenn wir uns nur drei minuten zeit nehmen im cool down uns hinsetzen und eine ruhige atmung durchführen kann man ja auch gerne machen mit stretchen könnt zum beispiel diese kleine stretch routine machen die 3d atmung stretch routine durch euch am anfang gezeigt habe die als stretch nehmen aber auch als parasympathische atmung um euch zu beruhigen okay letzter kleiner teil sind die sympathischen atmung also es kann ja auch sein dass ihr so sehr 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 ruhig seiten euch mal aktivieren müsst beispielsweise müsst ihr einen vortrag oder ein webinar halten kann ja passieren oder habt ja auch eine andere wichtige aufgabe merkt ihr seid überhaupt nicht gut drauf wollt keinen kaffee trinken wollte ich nicht überstimulieren dann könnt ihr die atmung nutzen indem wir sympathische atmung machen und da zum beispiel die die charakteristiken davon sind dass wir die einatmung forcieren und damit die atemfrequenz auch steigern also sieht sowas aus wie es ist irgendeine form der hyperventilation und wir müssen dabei nicht unbedingt den mund atmen wir können auch weiter durch die nase atmen mundatmung macht das ganze vielleicht noch ein bisschen extremer auf die sympathischen atmung möchte ich jetzt nicht in aller ausführlichkeit eingehen möchte nur ein zwei nennen einmal das holotrope atmen holotropes atmen ist eine sehr sehr ja extremer atemtechnik weil da auch ganz verrückte sachen mit den ja mit der biochemie passieren und man sehr sehr hallucinogene zustände erreichen kann also auf jeden fall nun begleitung machen kann nur kurz die wim hoff atmen noch anführen weil die ist dann auch relativ bekannt geworden und es geht mir gar nicht darum dass man diese wim hoff atmen jetzt ganz richtig macht es geht um das prinzip dass man das versteht bei der wim hoff atmung rechts sehen wir hier den niederländer wim hoff atmen wir tief in den bauch und danach in die brust wie eine welle ein und locker aus der fokus liegt darauf dass wir vollständig ein und nur locker aus atmen wir arbeiten also mehr ein als aus beispielsweise 100 prozent ein und lassen uns 50 prozent ausatmen nachdem wir das 30 mal gemacht haben atmen wir komplett aus und halten die luft an das ist dann eher so ein parasympathischer teil durch das luft anhalten und machen das dann für drei runden okay während dieser atemzüge wird man merken wie wow die aufpillen werden aufgerissen man wird total aktiv man will sich bewegen und ja da spürt man was eine sympathische atmung macht wer die wim hoff atmung mal ausbilden möchte denen empfehle ich einfach bei youtube mal wim hoff breathing zu googeln oder zu youtube wie auch immer das nennt und da sich von wim hoff mal im liegen im liegen anleiten zu lassen das take away hier für den alltag ist es aber viel mehr dass wir so eine art wim hoff atmung so diese diese schnelle atmen nutzen können uns zu aktivieren ich merke okay ich fühle mich so ein bisschen schwach das ist so ein problem dass ich auch zu wenig sauerstoff im gehirn habe dann nämlich einfach zehn bis 30 atemzüge und mit einmal das merke ich jetzt sofort schießt alles im kopf und man ist wieder on fire und bereit wie so ein kleiner espresso ohne espresso das sollten wir also im werkzeug koffer haben gut also noch mal takeaways für unser nervensystem in den baukasten sucht euch übt ein paar parasympathische atem techniken da wir uns damit beruhigen können wie box breathing for seven eight breathing oder die fokussierte ausatmung und ihr solltet eine sympathische atemtechnik im petto haben wie die wim hoff atmen gut damit fasse ich mal hier die wichtigsten punkte die wir jetzt in der letzten drei stunden haben ganz kurz zusammen wenn ihr sonst gar nichts gemerkt habt dann merkt euch wenigstens atmen durch die nase im training auch so lang wie möglich so lang wie möglich auch beim joggen falls ihr morgen joggen geht versucht mal so lang wie möglich durch die nase atmen benutzt euer zwerchfell und eure atem hilfs atem hauptmuskeln natürlich und dann letzten punkt da habe ich gerade gesagt parasympathische atemtechnik um dich zu beruhigen sympathisch um dich zu aktivieren aber der letzte punkt ist noch mal wichtig erkenne deinen atemstil damit du merkst wie der nervensystem gepolt ist weil ich hatte ja gesagt wenn wir merken wie wir atmen spüren wir auch okay ich ich bin gerade so drauf also wir können das ja aus beiden richtungen angehen wenn ihr merkt ich über wenn ihr gerade nur in die brust dann merkt ihr ich bin sympathisch ich möchte er dort hingehen also nutzt das ganze als sensor und das war der letzte gedanke hier den ich euch erst mal mit geben wollte und damit sind wir erst mal bis hierhin angekommen und ich habe das bild noch mal genommen damit ihr vielleicht das noch mal einordnen könnt auf welche ja wo die atmen überall rein spielt wir können uns damit also besser bewegen sind mit der atmung aber auch besser bei der ernährung besser bei der verdauung werden uns bewusster wenn wir diesen sensor haben ist klarer mein zeit besser wird wir können uns besser regenerieren um in unserem umfeld können wir besser agieren das heißt die atmung ist wirklich die grundlage für alles damit wir gesund leistungsfähig selbstbestimmt selbstbewusst und erfüllt sind genau gut okay dann habe ich mich beeilt bis hierhin ihr merkt ich könnte noch stunden weiter erzählen ich habe gleich noch was zu erzählen aber bevor ich noch was erzähle erst mal die frage ob bis hierhin noch fragen kommen könnt ihr sehr gerne in den chat schreiben oder ich kann euch laut stellen wenn ihr laut stellen wollt wenn ihr erst mal bis jetzt keine fragen habt und die fragen auftauchen in der nächsten zeit nächsten halben stunde dann schreibt ihr mir die frage einfach via e mail oder so und ich beantworte die frage dann euch so direkt genau ich habe eine frage ja sehr schön danach und zwar habe ich mich jetzt gefragt also ich habe das gefühl dass ich also für mich war das jetzt sehr interessantes webinar weil ich habe das gefühl dass ich ganz oft eher angespannt bin und er so ein druckgefühl in der brust habe und er mir so parasympathische atemtechniken wie du jetzt genannt hast gut tun und ich frage mich ob mir das jetzt eher schlecht also eher schaden würde wenn ich jetzt auch mal solche sympathischen atemtechniken ausprobieren also die nein also zum beispiel ich habe es ja die wim hoff atmung vor allem genannt die wim hoff atmung zum beispiel ist eine atemtechnik wo wir einerseits also wir wandeln da zwischen zwei extremen wir haben einmal diese extreme hyperventilation für 30 atemzyklen dann hatte ich kurz angesprochen dass wir dann aber die ausatmen atmung halten und leere genießen und dabei wirst du merken wie dein nervensystem von diesem peak extrem entspannt und nach drei atemzügen wirst du feststellen wie du total entspannt wirst und ganz ganz viel loslässt was die hoff atmung also macht ist nicht dich in einen zustand nur reinzuschießen sondern zwischen extremen setzen extreme reiz und kannst dann extremer entspannen deshalb würde ich die hoff atmung prinzipiell gar nicht unbedingt kategorisieren als die aktivierendste atmung weil man danach erst mal wahrscheinlich super ruhig wird okay okay ja du kannst dich auf jeden fall aber wenn du sagst enge und brustkorb auch auf diese 3d atmung fokussieren also probiere die 3d atmung dabei dann ja die beruhigenden atemtechniken genau also mara hat geschrieben sie kann ihr zwerchfell nicht finden und spüren ob sie etwas falsch macht also das ist relativ normal dass man das erstmal nicht spürt es kann natürlich sein wenn ich das jetzt hier probiere und ich stehe habe ich viel zu viel spannung am einfachsten geht es wenn man sich vielleicht sogar hin hockt oder hinlegt und die bauchwand die bauchmuskulatur ganz entspannt ist weil die bauchmuskulatur über dem zwerchfell noch drüber liegt und wenn die bauchmuskulatur angespannt ist dann kommt man da gar nicht rein zusätzlich wenn die bauchmuskulatur ständig hyperton ist und das kann sein wenn man auch allgemein viele crunches und sowas macht und allgemein eine sehr sehr große spannung hat dann komme ich gar nicht an das zwerchfell das ist völlig normal was dann aber hilft ist zum beispiel diese atmung wo ich mir eine kettlebell oder ein buch auf den bauch lege und einfach da probiere die kettlebell rauszudrücken und rein zu drücken und mit der zeit wird man immer mehr die reinfallen lassen können dabei besser entspannen genau und die das schmerzen entstehen wenn man unter die rücken greift ja da ein bisschen vorsichtig sein das kann ganz 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 viel sein das kann natürlich ein muskuläres ding sein es kann aber auch sein dass wenn leer rechts zum beispiel ist die leber wenn die leber probleme hat dann kann es auch sein dass da schmerzen entstehen links ist der magen man drückt den magen drauf auch da kann es sein dass es der sehr unangenehm ist also da ein bisschen vorsichtig sein genau und petra hat beschrieben wie sich ein niedriger noradrenalin spiegel erhöhen lässt da ist natürlich immer die frage ob wir noradrenalin akut oder jetzt chronisch erhöhen wollen jetzt chronisch etwas anderes aber akut ganz klar können wir noradrenalin spiegel mit einem akuten stressor erhöhen beispielsweise mit der wim hoff atmung also da gibt es viele studien und werte studien und messungen wie man noradrenalin extrem steigern kann mit so einer sympathischen atemtechnik merkt man ja sofort weil nur adrenalin ist ja sehr sehr aktivierend und ja wenn wir mal hyperventilieren merken wir das direkt übrigens ich rede ja immer so gerne über eisbaden eisbaden ist auch da wird noradrenalin extrem gesteigert also kalte dusche am morgen und vielleicht eine runde aktivierende atmung wahrscheinlich das beste um noradrenalin zu erhöhen genau und dann fragt petra wie man chronisch noradrenalin erhöhen kann ja gute frage also das natürlich jetzt super auf den einzelfall abhängig da müsste man jetzt mein hormonbild und sowas machen aber wenn noradrenalin chronisch zu niedrig ist das ist ja ein hormonelles problem also das ist ja dann läuft auf eine disbalans im ganzen system schließen das heißt wenn wir damit unser nervensystem allgemein regulieren unser nervenzustand system zustande also regulieren in der regel sind wir ja dann vermutlich vermute ich einfach mal sind die meisten von uns eher zu gestresst das heißt wir profitieren in der regel meistens von entspannenderen atemtechniken und entspannendere atemtechniken und meditation guter schlaf und sowas führt zu einer regulation unseres nervensystems zu einer ausbalancierung und damit wird auch noradrenalin erholt werden können weil wenn jemand zum beispiel zu niedrigen noradrenalin spiegel hat kann das auch sein dass für eine zeit lang zu viel noradrenalin ausgestürzt wurde weil wir extrem unter stress waren irgendwann erschöpfen aber die neben mir und es kann kein noradrenalin mehr produziert werden und diese chronische schöpfung müssen wir entgegenwirken es ist dann oft eine schlechte idee das akut wieder zu erhöhen weil man damit das ganze noch schlecht schlimmer macht aber wie gesagt hier chronische ja solche chronischen probleme kann man hier jetzt keine allgemeine aussage treffen aber ich hoffe das ergibt sinn ähm ja tim ich hätte auch noch eine frage ich weiß nicht ob man mich hört ich höre ich ja ja super und zwar als ich habe jetzt merkt dass ich definitiv schneller atme und wenn ich dann versuche langsamer zu atmen oder gerade auch mal den atmen zu halten dass mir das natürlich sehr schwer fällt wenn ich so tag zu üben oder kann ich mich da ja zu sehr stressen ja also zwei sachen würde ich machen einmal kannst du dir sagen okay du bist am morgen am abend für drei minuten oder so in dem in dem liegenden setting und dann ich habe es eine art nicht habe ich nicht vorgestellt das ist praktisch ja von dem patrick mckin das kann ich dann gerne noch mal verlinken man kann das ganze auch im laufen üben ich würde mir also im laufe des tages auch so zwei drei punkte suchen wenn ich weiß ich laufe zehn minuten dahin dass du zehn minuten lang da zum beispiel box briefing machst oder eine andere version wo dich sehr beruhigst dann aber die atemtechnik von patrick mckin tatsächlich ist so dass ich meine atemfrequenz senke und dabei wenig atme sind erst mal ein bisschen absurd aber ein großes problem ist dass wir oft zu viel atmen das ist noch mal ein anderer gedanke aber eigentlich haben wir zu viel dass wir auch also wenn wir uns beruhigen wollen dann wollen wir das machen aber das ist das wichtige im alltag wollen wir nicht ständig über das ganze volumen atmen wir wollen im alltag nicht wie im ballon uns aufblasen wieder ablasen wollen im alltag eigentlich relativ leicht atmen wollen leicht atmen um richtig zu atmen das heißt eigentlich dass wir so wenig wie möglich mehr oder weniger atmen durch die nase und in den bauch aber so wenig wie möglich damit unser körper auch effizient wird den sauerstoff zu nutzen diese übungen auf englisch dann brief light to brief right und da geht es zum beispiel darum beim laufen auszuatmen die ausatmung beispielsweise für sieben acht schritte zu halten und sobald man merkt ich muss wieder atmen atme ich ein bisschen ein und wieder aus fünf sechs sieben schritte bisschen ein und wieder aus niemals aber so lange dass ich danach hyperventilieren sondern ich atme nur soweit wieder ein oder ich halte nur so lange luft an wie ich ganz entspannt wieder atmen kann ziel ist also die atem die atemfrequenz auf minimum zu senken ohne dass es zu einem richtigen training wird genau und das kann ich gerne mal anhängen diese atemtechnik habe ich auch mal hand out mal zugemacht und das ist sehr der wertvollsten sache um die atemfrequenz zu reduzieren und das lässt sich ganz einfach super einfach in alltag einbringt wie gesagt beim zehn minuten spazieren gehen mit dem hunden oder was auch immer kann man das einfach machen und es wirkt sich auch sehr sehr beruhigend genau super herzlichen dank gerne ach so genau ich sehe gerade im chat da gab es eine kleine diskussion noch mal am nordschalin und welche co faktoren genau das kann natürlich sein das stimmt aber da möchte ich jetzt nichts großartig zu sagen außer vielleicht der hinweis den auch angebringt dass genau dass man da zu einem arzt gehen soll genau und ich würde jetzt ungerne irgendwelche nahrungsergänzungsmittel empfehlungen geben für so ein problem um so ein chronisches ja hormon problem um zu lösen ich denke das ist klar gut hat jemand erst mal noch eine frage gut dann gehe ich noch mal einen kleinen schritt weiter weil eine sache habe ich noch und zwar genau ich würde mich gerne jetzt noch mal im anschluss kurz mein coaching programm vorstellen weil ich meine es bald weihnachten und neujahrsvorsätze fangen an und ja vielleicht habt ihr neujahrsvorsätze oder macht immer neujahrsvorsätze aber die kommen nicht so richtig in die umsetzung und ja deshalb also nicht nur deshalb aber im 15 januar startet mein die nächste phase meines 1 zu 1 coachings programm aber ich habe mir jetzt gedacht dass wir die zwölfwöchige intensivphase jetzt schon starten es sind also nicht zwölf wochen sondern letztendlich knappe 16 wochen onboarding phase also schon vor weihnachten damit wir die zeit jetzt vor dem 15 januar noch mal zur reflektion analyse und zielsetzung nutzen können letztendlich in meinem coaching ich denke ich habe gesagt was mein ziel und mein wunsch ist handeln wir alle faktoren ab die für gesundheit relevant sind natürlich aber nur die die für euch auch wirklich relevant und genau dafür machen wir folgendes weil das habe ich nämlich noch nicht so richtig gezeigt ich habe mich jetzt viele gefragt wie läuft so ein coaching eigentlich ab und dafür habe ich mal bin ich hier mal schnell ich hoffe dass ich sehe besichtbar in die coaching plattform gegangen das mal ganz kurz zu erklären wirkt weil da so viele gefragt haben und zwar läuft ein coaching letztendlich so ab dass wir einmal eine online coaching plattform haben eine 1 zu 1 online coaching plattform also nur du und ich letztendlich und wir haben einmal dann regelmäßig calls calls heißt videokonferenzen die ich dann hier auf diese plattform hochlade das ist mal ein beispiel jetzt ein beispiel padlet von einer beispiel kunden sage ich mal da lade ich die calls dann hoch damit das noch mal nachgeschaut werden kann und gleich arbeite immer so dass wir immer starten mit tests und assessments das können zum beispiel anfangen einstiegs fragebögen sein aber wir haben auch sowas wie ja darm fragebögen hormon fragebögen je nachdem was halt gerade an was probleme gibt was gerade das problem ist und anhand der tests fragebögen natürlich fragen und deinen individuellen zielen wünschen und auch bewegungs assessments und sowas schauen wir logischerweise dann was für aufgaben sich ergeben was für wochenaufgaben und begleitend dazu gibt es dann erst mal material wie gesagt bringt mein motto ist immer wissen auch vermitteln bei der kunden beispielsweise war jetzt die erste große baustelle in diesem jahr erstmal noch das thema schlaf das heißt wir starten erst mal so dass sie ein schlaf podcast hat den sie tatsächlich beim beim gehen hört weil sie mehr schritte am tag gehen soll um mehr bewegung in alltag zu bringen dann habe ich hier zum beispiel ihr ein video bereitgestellt wo sie ein video hat okay wie schlaf funktioniert geht glaube ich 25 minuten müssen uns nicht angucken begleitend zu diesen videos gibt es natürlich handouts für die umsetzung das ist ganz ganz wichtiger erst wissen vermitteln das ganze wissen in die umsetzung bringen gucken ob es lädt genau das geht zum beispiel um die perfekte nacht zu planen wie gesagt erst mal der sanfte einstieg wichtig ist mir immer dass ich stück wie ich also ja wissen an die hand gebe mit direkter umsetzung und dann natürlich sind im untersten teil von dem handout auch sachen zur reflektion wo sie direkt in die umsetzung kommt und dann haben wir noch eine schlafzimmer-checkliste als beispiel oder hier noch so ein thema ernährung jetzt für den einstieg und der zyklus läuft natürlich logischerweise immer so dass wir die ziele besprechen testen und so calls durchführen aufgaben umgesetzt werden und dann der nächsten woche der nächste call stattfindet wo wir auswerten okay was waren deine probleme wo hakt es was kann ich dir geben damit du besser in die umsetzung kommst du praktisch neueste tests machen und die neuen aufgaben besprechen zusätzlich zum eins zu eins coaching was wir hier in diesem kontext haben haben wir dann noch ein ein gruppen coaching plattform sagt das mache ich jetzt wieder kleiner genau weil zusätzlich zu dem eins zu eins coaching haben wir die gruppe wo wir jede woche mindestens ein live call haben wo ich also nicht nur mit einem persönlich rede nicht nur mit dir sondern mit der ganzen gruppe wo ich erzähle was ich für relevant halte oder auch bewegungs trainings einheiten gebe was gerade halt ansteht und dann haben wir auch noch eine austausch plattform wo wir auch in der gruppe diskutieren können das heißt das ziel ist ganz einfach dass wenn du eine münze vorstellst die eine seite der münze ist so das einzel coaching die andere seite des gruppen coaching möchte ich beide seiten der münze einfach das optimale kombinieren genau insofern gucke ich kurz in den chat genau ja das war natürlich nur eine eine kurze einführung jetzt wenn du dich jetzt fragst okay ist das was für dich kann das dein perfektes weihnachtsgeschenk sein passen zu den vorsätzen dann ist das einfachste immer wenn du nicht lange überlegst dann einfach mit mir telefonierst weil im telefonat können wir ganz einfach schnell herauskriegen was sind deine wünsche herausforderung passt das oder passt das nicht ganz wichtig ist immer dass es für mich perfekt für dich perfekt passen muss aber auch für mich wir müssen da gut klarkommen müssen überzeugen sein okay wir holen das beste aus dieser phase aus dem coaching heraus und das finden wir nun mal am am telefon am besten raus es halt wenn du lust drauf hast dann kannst du dein unverbindliches beratungsgespräch mit mir einfach vereinbaren und dann freue ich mich auf dich gut das war jetzt so viel und ein paar aus meinem coaching team sind ja auch jetzt schon im chat die haben eventuell jetzt schon das weihnachtsgeschenk bekommen was per post gekommen ist genau und hoffe dass sie damit viel spaß haben okay also ich habe alles was ich gesagt habe gezeigt habe hier natürlich aufgezeichnet und das ganze lade ich hoch ihr könnt also gerne noch mal nachschauen wenn ihr noch fragen habt zusätzliche materialien die ich angesprochen habe ja dann lasse ich euch das sehr sehr gerne zukommen in diesem sinne jetzt sehe ich ein paar bilder noch für euch habt ihr erst mal noch fragen jetzt sehe ich erst mal noch alex ist die steffi dana sehr schön gut dann würde ich das langsam beenden wünsche ich einen wunderschönen abend ich setze gleich meine blaulicht blocker brille auf und nachher hat mich noch eine runde um dann besser zu schlafen und ja wünsche ich auch dann einen wunderschönen abend und eine wunderbare weihnachtszeit genau wenn ihr wünsche habt ob ich wenn ich nächste woche noch mal ein webinar oder vielleicht nur eine mobility einheit auch das wäre interessant wenn ich das machen kann machen soll euch das helfen würde dann schreibt mir das gerne wenn ihr den habt wenn ihr noch nicht in der facebook gruppe seid in meiner geschlossenen facebook gruppe ja dann kommt da rein weil da stelle ich solche fragen was ich tun kann mit euch was ich tun soll und da tauschen wir uns auch gut okay dann macht euch einen schönen abend tschüss vielen dank dass ihr dabei wart und ich muss immer ganz kurz sagen also ich freue mich da wirklich während dieser zeit also ich weiß klar so ein paar sachen zum schluss sage ich noch mal aus bisschen eigenwerbung aber ich glaube ihr merkt dass mir das wirklich spaß macht und wenn dann so ein nettes feedback kommt dass ich leuten echt weiterhelfen kann dann macht mich das wirklich glücklich das wollte ich noch mal anmerken genau mobility psoas kommt sehr schön okay macht euch einen schönen abend tschüss